Hallo, herzlich willkommen mit mir zu Hause. Wir sind jetzt bald wieder an einen neuen Track zu machen und es ist ein Teil schon fertig. Die Grundsachen sind drin. Leider kommen noch ein paar Klänge mit rein. Ein paar Spuren sind noch frei. Einfach mal reinhören. Die Grundsache ist nicht schlecht. Es ist ein Ambiente-Dreck. Ziemlich ruhig, aber da fehlt noch etwas zu. Ich spür mal ein Teil daraus vor. Ich spür mal ein Teil. Ich spür mal ein Teil. Es war ja ziemlich ruhig und aber da kommt jetzt noch ein paar Klinge. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr Pepp drin. Einfach mal reinhören. Machen wir gleich nochmal. Machen wir 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 nochmal.